Was ist, was ihr tun müsst, wenn ein Notfall passiert ist? Dann muss man die Notrufnummer einem anrufen und die Notrufnummer heißt 112. Wie kann man sich das denn merken? Also, merken kann ich 112. So habe ich es gelernt. 112. Perfekt. Luisa, erzähl mir mal, was macht denn das Jugendrotkreuz? Es hilft anderen und rettet Leute. Und was macht ihr da so? Da könnte man, da machen wir Verletzte, helfen wir dort. Zum Beispiel, wenn jetzt Leonie ihr Fuß gebrochen hat. Dann macht man am Beispiel einen Verband oder einen Gips runter. Und dann könnte man, das ist super, da kann man eigentlich auch wieder rennen. Also, dann ist so, halt. Lass es mal weitergeben. Wie kann man denn erkennen, ob jemand bewusstlos ist? Wenn er liegt, also auf dem Boden liegt. Und dann machen wir, also wir machen dann eine stabile Seitenlage. Dass der Mann, wenn er sich übergeben muss, dass wir den Mund öffnen. Dass das alles reinlaufen kann, wenn er dann liegt. Wenn er nicht. Wisst ihr, was Ehrenamt ist? Nein. Könnt ihr euch das denken, was das sein kann? Oder habt ihr da eine Vorstellung? Vielleicht so, dass er einen Fest hat? Dann müsst ihr euch jetzt mal schlau machen, wenn ihr bei den anderen Ständen rumgeht. Und dann fragt ihr mal, was Ehrenamt ist. Und zum Abschied dürft ihr noch einmal in die Kamera rücken. Perfekt!